Musik Der schönste Tag in der Woche, Samstag Nachmittag und wie immer hier in Hamburg eine Monsterstimmung im Publikum. Und hunderte von Menschen, die darauf warten, dass Johann Lafer für Sie kocht. Naja, und ich werde es lecker machen. Heute gibt es von mir übrigens was richtig Schönes. Und zwar Kläumchen in einem Streusel eingebacken mit einem Vanillesöschchen. Natürlich selbst gemacht. Und wunderbare Knisperschlitzelchen mit einem warmen Kartoffensalat mit Kifferlinge. Naja, aber das kann ja nur eine Grundlage sein. Weil ich bin mir sicher, dass der Herr Lafer heute wieder zelebrieren wird, meine Küchenorchidee. Ja, liebe Zuschauer, herzlich willkommen. Schön, dass Sie heute Nachmittag wieder unsere Zuschauer sind. Ich versuche heute zwei Dinge zu machen. Zunächst mal gibt es hier Jakobsmuschel, frische Jakobsmuschel auf einem schönen Celebré. Das Ganze wird einer Trüffel-Hollandaise überbacken. Gericht Nummer eins. Dann gibt es ein wunderschönes Heilbuttfilet. Ein richtig großer, schöner, dicker Fisch. Wird überbacken mit einer Kruste, die besteht aus zweierlei Koriander, also grünen Koriander und Korianderbeeren. Dazu gibt es Bastinaken-Gemüse. Und was gibt es noch dazu? Habe ich wieder vergessen. Ah, Charlotten, genau. Auf jeden Fall, leckere Sachen gibt es dazu. Aber liebe Zuschauer, Sie wissen ja, diese Sendung heißt Lafer, Lecker und das ist Lichter. Hallo, Johann, mein Schatz. Okay. Oh, nee, Johann. Jetzt machen wir beide seit fünf Jahren diese Sendung fast. Ja, fast. Und du weißt immer noch nicht, wie sie heißt. Die heißt Lafer, Lichter, Lecker, nicht Lafer, Lecker, Lichter. Naja, du musst aufpassen. Das heißt Lafer, Lecker und Lichter. Bist du bekloppt oder was? Also jetzt fängt das einfach an ganz komisch zu werden. Du vergisst schon dein Rezept bei der Ansage. Jetzt probat doch. Also man merkt Johann noch ein bisschen älter. Aber Johann, ich freue mich ja schon auf ein Pastinaken-Gemüse. Ja, magst du was? Nee, weiß ich noch nicht. Habe ich noch nie gegessen. Pastinaken ist das hier. Guck mal her. Das war das Pastinaken. Achso, das sind die Karotten da, ja. Nein, das ist die Wurzle. Schmeckt lecker. Ganz süß. Eine Pastinaken-Wurzel. Ja. Da war das kein Schimpfwort. Nein, da war kein Schimpfwort. Aha, da bin ich mal gespannt, ob ich das schmecke. Aber du Johann, ich habe heute einen Gast. Oh! Jetzt mal ganz ohnehin, ich habe schon viele Gäste gehabt. In fünf Jahren habe ich ja Gäste gehabt. Also ich meine, du hast ja auch ein paar gehabt, aber ich hatte ja Gäste. Aber heute mein Gast. Wie soll ich sie nennen? Sie ist nicht nur, also sie hat Augen wie ein Bergsee. Unendlich tief und wunderschön. Dann ist sie eine Schauspielerin, die so gut ist, dass sie ihr Können auch an andere weitergibt, damit die nachher einen Beruf ausüben können. Sie ist eine Künstlerin. Sie kann Dinge formen, sie kann malen. Johann, so wie du kochen können möchtest. Sie ist einfach ein Traum. Also, da bin ich sehr gespannt, liebe Zuschauer. Mein Gast, ich schätze ihn sehr. Er ist ein wunderbarer Moderator. Ein Mensch, der sich für alles hergibt. Ich fähre ihn sehr. Ja doch, wirklich. Ich fähre ihn sehr. So einer wie ich, ne? Gebe ich ja auch für alles her. Ja, das merke ich beim Kochen jeden Tag. Liebe Zuschauer, hier ist Elton. Und hier ist Katharina Jakobs. So, da bin ich wieder. Katharina, wenn du möchtest, du kannst direkt anfangen mit diesem wunderbaren Teig. Weil ich mag ja auch an so einem Kuchen am liebsten oben die Streusel drauf. Okay. Und ich habe mir gedacht, heute machen wir mal einen Kuchen nur mit Streuseln. Unten Streusel, oben Streusel, in der Mitte ein paar Fläumchen, die schön eingelegt sind in so ein bisschen Orangenlikör. Prost übrigens. Man kann Samstags-Nachmittags ruhig ein Weinchen trinken. So. Ich habe dir jetzt noch ein bisschen aufgebaut, dass du direkt finden könntest. Also Mehl, Zucker, Butter, Zimt für den Teig. Die Mandeln kommen nachher drüber. De Fläumchen. Natürlich hier mit Zucker, ein bisschen Orangenlikör schön einlegen. Hier ist ein Schüsselchen, Besteck, alles da. Das ist der feine Unterschied. Mein Gast arbeitet, du schwätzt. Johann, man hat mir oft genug gesagt, dass ich ein Radiogesicht habe und ich bewerbe mich zurzeit. Ja, also Elton macht jetzt was genau. Sag mal, Elton bitte. Streber. Ich schneide. Was schneidest du? Dieses Zeug hier. Was für Zeug. Hallo. Wie soll denn die kleine Schneide schneiden? Guck mal, dein Gast ist noch keine zwei Minuten da und der ist schon am Essen, du. Dafür bin ich am Trinken. Wo ist der Unterschied? Wir haben tolle Gäste, eine besoffene, andere satte in der Ecke. Das wirkt schön. Ich war schon ein bisschen beleidigt eigentlich. Bitte? Ich war ein bisschen beleidigt eigentlich, weil euer Tonmensch, der sagte, der liebe, nette Tonmensch, er müsste das Mikrofon ein bisschen tiefer setzen. Warum? Ja, aufgrund des Doppelkinns wahrscheinlich. Er wollte es nicht sagen, aber es ist so. Also wenn du möchtest, dann ist er nächste Woche nur noch in der Maske am Arbeiten. Nein, 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 ist alles gut. Deswegen esse ich ja dieses Grünzeug jetzt. Wie groß sollen die Würfel denn sein? Ist eigentlich egal, weil die werden ja gemischt. Aber erst mal ganz nebenbei. Unser Toningenieur hat einen Doppelberuf. Der ist super im Fett am Saugen. Wenn du möchtest, mach ich einen Termin. Soll ich schon reinschmeißen? Kannst du anfangen, ja? Aber erst mal solltest du die Zwiebel anbraten. Doch, erst die Zwiebeln. Die kleinen Zwiebeln anbraten und dann die Sellerwürfel dazugeben und das schön anbraten. Und dann mit Sahne und mit etwas. So, guck mal, der kann super schneiden hier. Guck mal. Aber ich gebe, zeig dir einen Trick. Noch einen Trick? Wenn du hier das schwer schneidest, so, dann tust du dir leichter. Dann bleib ich die Zwiebel schön liegen. Ah ja. Und jetzt kannst du hier so schön schneiden. Siehst du, dann hast du keine Würfel. Kannst du mir das nochmal zeigen? Ich hab's nicht so ganz mitbekommen. Selbst ist der Mann hier. Komm. So, ich mach jetzt schon mal eine Kruste. Und zwar die Kruste für den Heilbutt. Und zwar habe ich jetzt erstmal hier Butterschaumig geschlagen. Dazu gibt es jetzt etwas Weißbrotbrösel, ganz wenig. Und dann gebe ich dazu Korianderkörner. Die sind schon geröstet. Wo sind die eigentlich? Korianderkörner? Hier sind sie. Die sind wahrscheinlich neben deinen Pastinaken. Korianderkörner sind schön geröstet in der Pfanne ohne Fett. Einfach, damit sie schön aromatisch werden. Die werden jetzt einfach zermörsert. So. Elton. Ja, hier. Fühlst du dich eigentlich jetzt wohl auf der Seite? Du hast doch jetzt so eine Kindersendung. Du bist ja gewohnt, mit Problemfällen zu arbeiten, ne? Oh nein, die Kinder bei uns, die sind ja total super nett. Ich weiß nicht, ich war letztes Mal ja auch schon hier. Ich fühle mich eigentlich sehr, sehr wohl. Wir haben aber wohl was, dass wir zusammenarbeiten, habe ich so das Gefühl, hier beim ZDF. Ich habe keine Ahnung. Wir beide? Ja, letztes Mal durfte ich auch schon mal mit Johann. Die wollen uns auseinanderhalten. Warum? Ich weiß auch nicht. Vielleicht haben die Angst, hat man uns verwechselt. Oder dass wir alles wegessen, bevor es fertig ist. Das könnte sein. Ja. Oder dass wir die Spiele alleine spielen. Kann ja auch sein. Aber jetzt mal eine ganz andere Frage, Katharina. Als Schauspielerin schlüpfst du ja ständig in neue Rollen rein. Ja. Und der Elton und ich zum Beispiel, genau wie Johann natürlich auch, wir sind ja immer wir selber. Und das ist ja manchmal gar nicht so einfach, du selber zu sein. Aber ich stelle es mir noch schwieriger vor, so glaubhaft jemand anders darzustellen, wie du das kannst. Kannst du mir noch folgen, ich habe mich selber gerade verloren. Wenn du eine angeborene Schizophrenie hast, ist das nicht weiter schlimm. Nee, aber ich habe mich gerade selber gefragt, wo dieser Satz wohl endet bei mir. Ich habe dir aber fasziniert zugehört. Ja, ich war auch ganz überrascht. Es klang toll. Du bist ja auch eine gute Schauspielerin, aber ich war jetzt sehr durcheinander mit mir. So, ich habe den niederen Küchendienst jetzt erledigt. Jetzt geht es an die Feinarbeit. Genau, jetzt kommt ordentlich Likörchen drüber. Weißt du, so Fläumchen müssen die ja ein bisschen einziehen. Ja. Hau drauf, hau drauf das Zeug. Komm weg damit. Das ist doch bei dir heute fettarme Küche, da mit dem Fett da. Das ist fettarme Küche, ja. Und Schnitzelchen werden schwimmend gemacht. Achso, du machst Schnitzel. Das Ganze rein. Mach ruhig den ganzen Zucker rein. Echt? Ja, der löst sich ja nachher auf in dem wunderbaren Likörchen. Oh, fast. Echt? Ist dir der sicher? Von wem ist das Rezept des Schnitzels? Das ist von einem ganz berühmten Koch mit steirischer Abstammung. Jetzt sind wir schon so weit, jetzt kocht es schon mein Rezept in seiner Sitzel. Also, Larve, Larve, Lecker heißt es ja nicht. Ich mach's aber auf meine ganz eigene Art. Mein Rezept hier. Dein Rezept. Übrigens, das Schöne ist, wenn's schiefläuft, was tut schuld. Aha. Probier mal hier die Kruste, die ist lecker. Das ist keine Kruste, das ist Butter. Ja, aber das wird nicht. Probier mal. Das wird eine Kruste. Mit zweiler Koriander. Ohne Farbe. Nimm ruhig meine Schürze. Ohne Farbe. Soll ich jetzt den Streusel machen? Elton, willst du probieren? Was denn? Die Kruste? Die Butter, ja. Probier ruhig mal die Kruste. Achso, ja, Entschuldigung. Ich denke, ich bin, ja, was soll ich? Du sollst das nicht braun werden lassen, du sollst in Selle reinmachen. Nee, ist ja auch noch nicht braun. Ja, wird aber braun. So. Ich will aber gern auch etwas von der Kruste probieren. Hier, komm her, da. Das sind ja zwei. Ja, könnte ich mehrere nehmen. Die mach ich jetzt in so einen Beutel rein. Nein, das hast du jetzt nicht wirklich gemacht. Ja, warum nicht? Das war Butter. Soll ich jetzt nochmal, wie das ist, mach? Pure Butter. Also, auf jeden Fall wird diese Kruste jetzt hier in so einem Gefrierbeutel getan. Glattgestrichen, so ein bisschen. Und dann nehmen wir die in den Tiefkühler, können wir nachher schöne Stücke runterschneiden. Und gehen wir nachher auf den Heilboot drauf. Jo, und das hast aber auch maximal schon 30 Mal gezeigt. Wo? Hier bei uns, oder? Hier in der Sendung, das macht ja nichts. Ja, aber schön. Also, nur für die, die es nicht wissen. Man macht diese Butter fertig mit Kräutern, tut sie in so eine Folie, drückst es platt, friert es ein, holt dann die fertige raus. Wichtig ist übrigens vorher damit Elton füttern. Was denn? Die letzte Kruste, die ich probiert habe, ich hatte so einen Mückenstich und der war dann... Nein, hör auf! Horst? Ja? Ich muss jetzt mengen. Darf ich dir das in deine Hose stecken? Ich suche Mutter wieder. So, ich hole mir den ganzen Schmuck in meine Hose. Noch mehr, Selle, noch mehr. Noch mehr, noch mehr. Viel mehr, viel mehr. Verdammte Scheiße. Das war die Tasche, wo da ein Loch drin war. Tja, du hast meinen Ehering jetzt, bitte, ja? Ja, aber wenn du wüsstest, wo der draufsteckt, dann bitte... Der ist total bescheuert. Das ist der sogenannte Kochring. Das ist der sogenannte Kochring. Dass der da drüber geht. Kann ich dafür, dass du so dicke Finger hast? Die Sendung wird jetzt um 23.50 Uhr ausgestrahlt. Sollte ich den da drüber machen? Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh. Also, wenn du ihm jetzt auch einen Ring in die Tasche tust, werde ich komisch. Jetzt kannst du in die Redaktion die Tür schneiden, aber alles hier, alles putzen sauber. Ja, ich mach schon sauber. Und alles reinmachen. Ja, alles reinmachen. So, wir machen jetzt hier das Sellerie-Büree. Das was? Sellerie-Büree. Das heißt, du hast hier angeschwitzt Charotten mit Sellerie. Hab ich. Jetzt gibst bitte drauf etwas Sahne, etwas Geflügelfohm. Ja, jetzt, ich denke, ich soll das andere machen. Etwas, ja? Etwas. Ein bisschen mehr. Ja. Gut, so. Und ganz wenig Geflügelfohm. Ganz wenig Geflügelfohm. So. Aber das ist schon gar nicht passiert. Wie viel denn? Weil es sollen ja Streusel sind. So ist genug jetzt, ja? So ist genug jetzt. Wenn die Butter sich schön auf... Und ich schneide jetzt hier baste Nacken. Ja. Jetzt machst du das. Ach, was stöhnt der Kerl. Machst du das. Gar nicht, nein, nein. Ich weiß nur nicht, ob ich meiner Mutter Bescheid sage, dass sie die Sendung hier einschalten soll. Warum nicht? Ne. Ich möchte nicht noch mal drauf rumbreiten. Hier wird so schön gekocht. So. Guck mal, jetzt werden es langsam Streusel, ne? Jetzt hier schneiden. Schneiden und dann hier kurz andünsten mit Thymian, Pfefferkörner, Weißweinessig und Weißwein einkochen. Okay. Wir tun noch ein bisschen mehr Butter mit bei. Das ist grob jetzt, ne? Ja. Butter schadet nichts. So. Und dann verknetest du jetzt noch mal ordentlich damit, dann klappt das schon. Was ist das auf dein T-Shirt da vorne drauf? Ein E. Ein E wie Elton. Ja. Eigenkreation oder wie? Das ist im Prinzip Eigenkreation. Bei eins, zwei oder drei trage ich ja immer T-Shirts der Sendung entsprechend, was für Thema wir gerade haben. Und da hatten wir ein Thema auch Essen und Benehmen. Aha. Ich habe es nicht verstanden, aber ich bin ja auch nur der Moderator. Ich muss es ja nicht verstehen. Also so eine Sendung wie wir heute hier haben. Ja. Essen und Benehmen. Du kannst ja gut mit den Kindern umgehen. Ja. Wir haben hier was geschickt bekommen und zwar aus München von Herr von Paul Lucca. Bitte lese mal vor. Erstmal zeigen wir hier das Foto von unserem jungen Mann. Ja. Ganz herzlichen Dank erstmal. Guck mal hier. So sieht der junge Mann aus hier. So sieht er aus. Ja. Und jetzt. Kann ich das vorlesen? Lese mal bitte vor. Ja. Lieber Johann, lieber Horst. Diesen Fernseher habe ich acht Jahre meinem Papa gebastelt, damit er euch auch gucken kann, wenn ihr nicht in ZDF kommt. Mein Papa kocht nämlich so gern und mag eure Sendung. Wenn er richtig gut kocht, sagen meine Schwester und ich immer, ist ja wie bei Johann. Hallo? Mehr steht er nicht. Nee, nee. Wie bei Johann. Manchmal ist es aber auch wie bei Horst. Viele Grüße, euer Paul Lucca. Und er fragt, was habt ihr eigentlich im Kindergarten gegessen? Johann war nie im Kindergarten. Da durfte der nicht hin. Also ich habe sehr gerne gegessen Butterbrot mit Zucker bestreut. Oh ja. Butterbrot mit Zucker bestreut. Kennst du das? Ja und sogar... Das war auch super für die Zähne. Deswegen hast du auch heute so schicke Zähne. Ja? Vor allem teurer. Das stimmt. Und ich dachte, du hättest Korianderbutter gerne gegessen im Kindergarten. Genau. Aber ich... Kennt ihr Arbeiterkotelette eigentlich? Einmal hast du gerne im Kindergarten gegessen. Im Kindergarten... Oh, das weiß ich gar nicht mehr. Ich habe nur von meiner Mutter damals immer aufgetischt bekommen. Grützwurst. Was? Grützwurst. Hab ich gehasst. Grützwurst? Was ist das denn? Blutwurst mit Krötchen drin, oder? Ja, ganz ekelhaftes Zeug. Ja. Und... Das ist nicht ekelhaft, wie du im Publikum hörst. Und Arbeiterkotelette haben sie das immer genannt. Das war Bauchfleisch paniert. Die konnten uns ja nichts leisten. Das kenne ich aber auch von zuhause. Ach, kennt das auch noch jemand hier? Ja, das war lecker. Das war gut. Aber Grützwurst? Ne, ne, ne. Die auch? Alle drei? Also für mich war das Größte im Kindergarten, wenn Mama mir so ein Brötchen gemacht hat mit die Kinderwurst drauf, also die Fleischwurst. So eine dicke Scheibe und das reichte schon. Und dann war ein Apfel dabei und den hab ich immer getauscht mit einem Mädchen, weil die hatte Süßigkeiten bei. Aber sonst gab's da nichts. So, Johann, was muss ich jetzt noch machen? Ich muss reinmachen hier, Weißweinessig, Weißwein, Fiederreduktion. Aber ich hab ein paar Sachen vergessen, aber ich hab meinen Bruder heute im Publikum, den kann ich ja mal fragen. Wo ist er? Da. Oh, wunderbar. Manni. Du machst das jetzt mal hier weiter. Du dich. Viel Spaß. Ne, ist fertig. Ist fertig? Ist fertig. Kannst du dich schon mal erinnern, was wir im Kindergarten gegessen haben? Ja, lecker Zeug immer hier. Schnittlauchbrot. Was? Schnittlauchbrot. Schnittlauchbrot? Ja. Na ja, er ist der ältere von uns, der musste essen, weil im Garten wächst. Was weg musste, was weg musste auch, ja. Sag mal Manni, wer bist du eigentlich? Du bist ja jetzt nicht wirklich mein Bruder. Woher kommst du? Aus Niederdorlauch. Wo ist das? Der Mittelpunkt von Deutschland ist das. In Thüringen unten. Das ist jetzt der neue Mittelpunkt von Deutschland. Thüringen? Extra von Thüringen hier hingekommen nach Hamburg? Müllerhausen, Müllerhausen, Erfurt, Eisenach unten. Also. Schade, dass er keinen Dialekt hat, aber ich muss sagen. Wir haben einen eigenen Dialekt da unten eigentlich. Ehrlich? Was für einen denn? Vor deiner Platz spreche ich mich drüber. Ah. Was? Vor deiner Platz spreche ich mich. Ne, komm, nimm mal aus dem Mund und dann sag nochmal. Ja Manni. Dankeschön. So Katharina, jetzt fettest du bitte schnell eine Form ein. Dann kommen Streusel rein, obendrauf kommen bitte die Fläumchen. Dann nochmal Streusel obendrauf und dann geht der ganze ab im Backofen. Jetzt kommen hier bitte frische Jakobsmuschel, ja? Ja. Und zwei Jakobsmuschel, die leben noch. Das heißt, die sind noch zu. Jetzt muss ich die erstmal aufmachen, indem ich hier rein... Leben noch? Genau. Muss ich hier reinschneiden, dann ganz flach auf der Scheite da runterschneiden. Und jetzt aufklappen. Und da kommt jetzt die Muschel raus. Mann, ist das lecker. Ja. Toll, dass ich bei dir kochen darf. Entschuldigung, ich geh mal kurz hier rüber. Katharina, die hat jemand was auf den Rücken gemalt. Ja. Ja. Was heißt das? Das sind die Initialen meiner Tochter und meiner Enkelkinder. Das haben die dir vielleicht gesagt. Du kannst das ja gar nicht so richtig sehen. Was steht da? Jetzt hab ich lieber nicht aufgepasst. Hallo. Hallo. Ich hab bis vor kurzem noch gelebt. Komm jetzt, mach auf. Was denn? Du hast die Hälfte abgeschnitten hier. Oh verdammt. Die sind teuer, ne? Die sind sehr teuer. Das reicht richtig. Ja, ja. Jetzt fleisch die Hälfte schön bedeckt. Jetzt hier das rauslösen da schön so. Ja. Und dann hier ablösen. Ja, lecker. Guck mal, die machen da drüben Jakobsmuschel. Die machen dich. Das ist aber ne riesen Schweinerei da drüben, ne? Ja, das stimmt. Wieso? Bis jetzt musste ich ja nur Schweinereien essen und nicht selber zuhören. Guck mal, das ist doch lecker. Aber guck dir das mal an, so. Das ist was ganz besonderes, Jakobsmuschel frisch. Johann, kann man die nicht schon fertig kaufen? Kann man auch, ja, aber das ist hier eine Kochsendung. Dann hättest du keinen zum quälen in der Sendung, ne? Geht's? Nee. Schwer her. Das ist relativ einfach. Du musst hier einfach rein, so, und dann flach abschneiden hier. Und jetzt geht die Muschel auf. So, zack. Da ist sie. Ja. Ja. Ne, nur so, dass voll ist und dann kannst du die dicken. Möchtest du das Muschel aufmachen? Er hat auch mal Applaus bekommen. Ja, hier. Der Johann macht dir ja ganz schön Druck. Ja, ja. Wenn du nicht mehr standhalten kannst, sag Bescheid. Ich brauch das aber auch, diesen Druck. Du brauchst diesen Druck. Katharina, bist du froh, dass du bei mir bist? Super. Wunderbar. Guck mal. Ja, wunderbar, ne? Oh, das sieht aber lecker aus. Sehr schön. Was ist denn das, oder möchte ich gar nicht wissen, was das Orangene ist? Das ist der Korall. Das ist der Korall. Das ist der Korall. Den kannst du auch mitessen. Ja, nein, danke. Der Korall. Du musst froh sein. Johanna hat letztens mal Gehirn gemacht. Nein. Die Hirnanhangdrüse zum Wachsen. Kalbsbriss. Das reicht jetzt hier. Alles drauf. Alles drauf. Alles drauf. Alles drauf. So. So. Und dann kannst du auch hier vorne machen. Ich zeig dir hier vorne. Ja, ich wasche mir mal die Hände. So. Schön die Streuselchen verteilen. Super. Dann kommen oben drauf noch ein paar Mendelchen. Okay. Sehr schön. Richtig schön verteilen. So. Übrigens kann man die auch so essen. Nehmt ruhig alle meine Schürze. Ist in Ordnung. Ja. Das hab ich auch schon. Du bist der Einzige, der eine anhat. Jetzt geht's weiter. Jetzt geht's weiter. Jetzt geht's weiter. Das riecht bei uns besser als bei euch da drüben. Ja. Wir haben ja noch gar nichts fertig. Ach so. So. Jetzt kommen noch Mandeln drüber. Okay. Das sind übrigens Streusel, die man auch wirklich so essen kann. Die schmecken einfach lecker. Das war für mich immer der Beste auf dem Kuchen oben drauf. Die Streusel. Wenn die so richtig schön knusprig waren. Jetzt ab in den Backofen. Das Schöne ist, da muss jetzt nur noch 40 Minuten da drinnen bleiben. Wie macht man das, wenn man nur noch 25 Minuten hat? So. Jetzt kannst du noch die Vanillesoße machen. Ist fein. Ist schon weich. Ne. Lass mal gucken. Warte mal, ich probiere. Oh. Guck mal. Elton ist nicht zufrieden mit dem, was Johann gemacht hat. Das hab ich ja gemacht. Ach, das hast du gemacht? Das hab ich ja gemacht. Hm. Gut. Ja, ist gut. Ja. Und der Mixer ganz fein. Habt ihr das gesehen? Ist gut und er kloppt nochmal einen halben Liter Sahne später drauf. Ist gut. Ganz kurz erklärt, was ich hier mache. Also, Pfifferlinge schön den Speck ausgelassen. Pfifferlinge rein. Gleich kommen noch Zwiebelchen oben drauf. Und hier hab ich wunderbare Bratenbrühe. Hab dann ein bisschen Essig mit reingetan. Schön ein bisschen Senf aufkochen lassen. Ist für den warmen Kartoffelsalat. Da kommen nachher die Pfifferlinge rein. Schnitzelchen sind paniert. Kartöffelchen, natürlich Spellkartoffel, die werden jetzt geschnitten. Und Schnitzel ausgebacken. Die müssen schön schwimmen, hab ich von Johann gelernt. Vanillesoße, hast du schon mal selber gekocht? Ne, noch nie. Ja, dann toi, toi, toi. Also, danke. Also, überhaupt mach ich selten Nachspeisen. Gebe ich offen zu. Was kochst du denn am liebsten? Ja, das, was du da machst. Da hätten wir ja tauschen können vorher. Ja. Also, ganz einfach. Vanillesoße, schön Sahne, Zucker. Das Mark einer Vanilleschote. Mit der Schote selber nachher schön aufkochen, auskochen. Ja. Damit der Geschmack der Vanilleschote in der Milch ist. Dann drei Eigelb. Ja. Die werden verquillt mit Sahne. Und nachdem das aufgekocht ist und abgekühlt hat, schön unterbinden für eine Bindung, ne? Und jetzt geht's rückwärts. Uuuuup. Ha 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 ha. So. Hm. Sag mal, hast du eigentlich lange am Dom in Hamburg gearbeitet? In Elton. Ja. Junge Mann zum Mitfahren gesucht. Bin ich jedes Mal drauf reingefallen. Ja, ist auch dich, Mark. Oder wie? Hamburgs. Ne, Johann. Ja. So hab ich Johann ja kennengelernt. Jünger Mann zum Mitkochen gesucht. Ne, Johann. Hier, guck mal. Das ist doch mal ein Wahnsinns Fisch hier. Guck mal, dieses Fischfilet hier. Ein Wahnsinns Fisch, Johann. Wahnsinn, Leute. Sag mal Johann, jetzt wo wir einmal bei dem Thema sind, wieso hast du dich eigentlich damals als junger Mann gemeldet? Ja, das ist ja schon lecker. Das ist aber echt lecker. Was? Das ist ja jetzt schon lecker. Das ist super lecker. Ja. Die Konsistenz stimmt hier so. Was denn? Das Selleriebüree ist perfekt. Jetzt kannst du... Selleriebüree. Selleriebüree. Katharina, komm mal rüber. Wir gehen mal probieren. Selleriebüree. 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 So, jetzt aber nicht alles auch erst. Lecker Selleriebüree, ne? Schließlich wollt, das möchte das Publikum auch probieren. Ne, geht mal wieder schön auf eure Seite. Der ist schon ein bisschen böse, ne? Absolut. Was soll ich jetzt hier machen? Du hast da jetzt die Eigelb reingetan. Schwanze. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Wir kochen einmal Rührei. Ich hab das doch noch nie gemacht. Sag mal, das gibt's doch nicht. Ich hab's mir doch gerade im Moment noch gesagt. Das vergesse ich doch alles immer wieder. Ich mach der Schnitzel weiter. Johann? Ja, bitte. Möchtest du mit meinem Gast tauschen? Ich hab noch nie Nachspeise gemacht. Außer dem Käsekuchen meiner Mutter. Den kann ich im Schlaf. Mensch frag mich doch, ich steh doch neben dir. Ja, ich hab mich gewundert, als ich's gemacht hab. Ja, schön. Das ist mir auch schon mal passiert. Aber ich mach viele Dinge, bevor ich was frage. Ja. Komm mal gucken. Jetzt ist er böse mit mir. Ohhhh. Ne, 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 ne. Jetzt da, was auch. Jetzt da, draten wir erstmal kurz. Wenn du denkst, ich wär nur böse, ich bin nicht böse, ich bin stinkesauer. Weißt du, wie lange ich mir das jetzt von Johann anhören muss hier? Ja. Aber den Fehler hab ich gemacht. Ich geb es ja zu. Da glaubt der mir nie. Nicht nervös werden, Johann. Alles ist gut. Ja. Was machst du denn da jetzt? Das, was du da gemacht hast, ist ja halb so schlimm. Hat er auch Scheiße gebaut? Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Nix, 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 nix. Ne, 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 ne. So, pass auf. Soll ich das wegschmeißen? Das kannst du wegschmeißen. Schön. Und zwar, aber erstmal ganz heiß werden lassen. Ja. Und dann machen wir rein. Und dann machen wir rein. Ja. Und dann machen wir rein. Und dann machen wir eine schöne Trüffel Hollandaise. Machen wir auch. Aber erstmal ganz heiß werden lassen. Ja, ja. Nicht jetzt rein machen. Ganz heiß werden lassen. Richtig. Guck mal, hier schmoren die Bassinaken mit Sahnegefühlbrühe. Ja, sehe ich. Und hier die Zwiebel. Also das läuft alles hier perfekt. Ja, läuft perfekt. Ist schon heiß, Jack? Das geht im Moment nicht. Der ist ziemlich fest jetzt. So, drei Eigelr. Hier rein. Diese Sahne dazu. Ich brauche jetzt hier, wenn es fehlt, vier Eigelb. Du brauchst vier Eigelb. Im Kühlschrank gibt es Eier. Ja. Üben, sie liegt Johann selber, um die Qualität sicherzustellen. Ach so, wie machst du das jetzt? Eigelb sollst du in die Schüssel reinmachen. Jetzt machst du Eiweiß. Ach so. Guck mal. Wir haben ja aber mehrere Schüsseln. Hast du doch scheiße gebaut? Ach hier. Nein, nein, nein. Warte mal, jetzt machen wir andersrum. Jetzt machst du hier die Eigelb rein. Ja. Nee. Ja, aber willst du mit dem Glibber das da? Ich mache es immer ab. Jetzt guck dir mal an Katharina, weil die zwei da veranstalten. Das ist doch nicht schön. So, jetzt guck mal hier, die Muscheln kurz anbraten. Ja, ist jetzt heiß? Es ist heiß, siehst du? Ich mache hier nämlich immer dieses... Drei Ei hier mit der Sahne verquirlen. Die dürfen nur ganz kurz gebraten werden, weil die müssen dann backen werden, gell? Ja. Ja, dann hast du noch Butter für mich übrig. Butter? Äh. Ein bisschen Salz draufmachen, ein bisschen Pfeffer draufmachen und kurz anbraten jetzt. Ja. Ganz kurz nur. Nee, schon so, dass die Temperatur dran kommt. Komm, du mein Telefon hier bitte. Hä? Was? Hallo? Wot, 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 wot. Hallo? Ich habe es gewählt. Wot, 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 wot. Ich habe es gewählt. Wot, 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 wot. Wot, wot, wot. Wot, wot, wot. Wot, 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 wot. Wot, 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 wot. Hallo? 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 Mensch, das ist ja toll, dass ich dich mal spreche. Ach, da ist ja Elfen am Apparat, oder? So. Ah. Was soll ich warten? Wie geht's dir denn? Ja, allerbestens. Ja, und die Kinder? Ich habe keine Kinder. Ach so, ja. Soll ich vorbeikommen? Nein, mein Mann steht hier. Ja, was wollen Sie denn? Und zwar, ich möchte wissen, woran ich erkenne, ob Jakobsmuscheln richtig frisch sind beim Einkauf. Den Nachbarn probieren lassen. Soll ich sagen, wenn draufsteht, heute frisch. Vielen Dank für den Anruf. Nein, nein, nein. Erstmal, bei dieser Kochsordnung gibt es auch eine richtige Antwort. Also wir machen auf jeden Fall so, dass wir, also ich zumindest versuche immer Fischjacksmuscheln zu nehmen, die man in der Schale kauft, dann weiß man ganz genau, wenn die zu sind, dann sind die perfekt. Ansonsten sollte man wirklich beim Fischhändler kaufen, wo man weiß, dass man da wirklich Vertrauen haben kann. Denn ich finde oft die eingelegten in Lake, die sind dann so klipprig, so weich und die sind nicht schön beim Braten, beziehungsweise was auch wichtig ist, ist natürlich dann die Jakobsmuscheln, die eingefroren sind, finde ich gehen gar nicht, weil die so zäh sind. Die sind zäh wie Autoreifen. Ja. Und wenn die in der Muschel sind, die Muschel muss zu sein, oder? Die muss zu sein, genau. Und dann muss man sie rausnehmen, dann muss die wirklich auch total frisch riechen. Das ist ganz wichtig. Aha. Okay. Noch eine Frage, noch eine Frage an den Horst. Ja, ich hätte noch eine Frage. Moment Horst, hier. Ja? Herr Lichter? Ja. Ja, guten Tag. Hallo jeder Kind. Ja, ich habe noch eine Frage. Und zwar, wenn ich Creme Brulee mache, und ich tue ja da frische Vanilleschote rein, und die hängt nachher immer oben quasi an dem kleinen Töpfchen am Boden. Warum ist das so? Warum verteilt die sich nicht gleichmäßig über die Creme Brulee? Oben am Boden? Ja, die hängt am Boden, die Vanilleschote, also die schwarzen Körnchen. Die bleiben oben am Boden? Unten am Boden. Wieso denn oben am Boden? Unten! Nein, nein. Nein, du musst das schöner aufschlagen. Nein, das geht nicht. Was geht nicht? Die Vanilleschote, die schwarzen Bünktchen bei der Creme Brulee, die sinken immer nach unten automatisch. Also nach unten am Boden, nicht oben am Boden. Ja, unten am Boden. Immer ist kein Witz jetzt. Das funktioniert. Das geht nicht anders. Wobei das, wenn man sie stürzt, dann sind sie oben am Boden. Die kann man nicht stürzen. Also Johann sagt, es geht nicht anders. Das habe ich gerade gedreht. Ja, okay. Weil sonst müsste man ja während des Banken dabei bleiben beim Auskühlen. Das geht nicht. Die sinken immer ab, weil die sind schwerer. Das ist so wie Johann auch. In der Badewanne immer noch unten absinkt. Okay, da bin ich zufrieden. Tut mir leid. Tschö. Tschö, viel Spaß noch. Tschüss, Sü. Ja. So. Die sinken immer ab, ne Johann? Kannst du nicht drüber? Ja, jetzt schönen Aufgang. Ja. Der hat eine Küche auf dem Boden? Ich habe das nicht verstanden. Nein, die sinken immer ab, oben am Boden. Was soll das? Was jetzt? Gefällt dir das Schnitzel nicht, oder was? Weißt du, das hasse ich ja wie die Pest, weißt du? Das ist wie früher zu Hause. Kommt gucken, drückt drauf, dreht sich rum, verzieht keine Miene und geht. Ihr habt früher schon zusammen gelebt? Wir leben schon sehr lange zusammen, aber er hat mich sehr lange verleugnet. Okay. Applaus So. So. So, jetzt, über den Backkoffengrill. Du sollst schlagen. Ich schlag doch die ganze Zeit. Das ist schon so schön. Aaaaah! Das war doof. Ne, das war heiß. Also Johann, ich muss sagen, so hart warst du selten zu einem deiner Gäste. Nein, nein, nein. Was denn? Er ist sehr hart zu dir. So hart war er noch nie zu einem Gast. Guck dir das mal an hier. Ich mach dir aber schnell. Weißt du, wie man den Job nennt bei Johann? Lass ich schlagen. Elton. Was denn? Weißt du, wie man den Job nennt? Nee. Schaumschläger. Ja. Guck mal, sehen die nicht toll aus? Super. So, wenn ich mal ganz kurz in die Kamera zwei wunderbare Schnitzelchen halten dürfte, nur damit man mal sieht, wie die geworden sind. Die Panade hat sich wellig abgehoben hier. Ist das nicht schön? Mein Rezept. Mein Rezept hat Johann von mir abgeschrieben. Horst. So. Stell mir den Backofen zum Warmhalten und mein warmer Kartoffelsalat ist fertig. Von wem ist das Rezept, das Schnitzelrezept? Doch, von wem ist das Rezept? Wer hat's erfunden? Wir natürlich. Weiter schlagen. Weiter schlagen. Ja, ja, ja. So. Jetzt kommen wir auf das Püree. Die Muscheln. Nee, wir müssen jetzt noch warten. So, siehst du hier. Sehr gut. Weiter schlagen. Ja. Weiter schlagen. Nicht schlag lassen. Nein, nein, ich schlag. Guck mal hier. Ja. Jetzt kommt da drauf. Trüffel. Gehobelt. Weiter schlagen. Ja, ich schlag weiter. Ja, komm mal her. Muss noch ein bisschen ziehen. Ja. Danke, danke. Deine Stimmung hier. Bitte? Ja. Das jetzt auch schlagen. Und die Butter schön reinrühren jetzt. Eine Stimmung, wie bei Schlag den Draht. Dabei schlag ich nur das Ei. So weit jetzt. Schön. Ja, so weiterschlagen. Rühren. Pfeffer reinmachen. Ja. Kannst ja vorne hinlegen. Übrigens, Johann, hier ist wieder Ei klar für dich zum Einfrieren. Ich tue es bei dir in Gefrierschrank. Extra die doppelte Menge. Jetzt weiß ich auch, warum ich beim Vorgespräch gefragt wurde, ob ich schlagfertig bin. Ich hab da eigentlich was anderes. Ja. Und jetzt kommt es da drauf. Guck mal. Worauf. Hier. So wird das jetzt. Ah, ja. Da wird das Ganze überbacken im Backofen. Soll ich machen, ja? Ja? Ganz langsam drüber machen. Ja, mach ich drüber. Das muss ich euch sagen. Es ist ein absolutes, also für mich ist es Wahnsinnsessen. Ich hab so ein bisschen Angst, dass Johann den Elton so gefordert hat, dass er nie wiederkommen möchte. Doch, doch, doch. Elton kommt wieder, oder? Natürlich komm ich wieder. Immer wieder. Hallo? Klar. Bei dem Essen und diesem wunderbaren Publikum, da muss man doch einfach wiederkommen. Schleimer, Schleimer. Applaus Aber auch fein. Fein? Ja. Komm, komm, sag nochmal in die Kamera. Warte, wir machen nochmal ganz neu. Es ist sehr fein. Ja, genau. Ja? Ja, warte mal. So, nochmal ganz neu, ne? Ja. Warte, welche Kamera hat dich, so. Hast du noch nie gegessen? Oh, was hast du mir denn da mitgebracht? Oh, probier einmal. Hm, das ist aber fein. Danke dir. Applaus Warte, einmal, 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 einmal. So. Wagst du es schon? Ja. Jetzt wagen wir uns. Jetzt kommt das Eigelb mit der Sahne. Ja, ich werde dich mal neben dem Backofen und guck, dass da nichts passiert. Das muss man schnell rühren, damit es kein Rührei gibt. Und dann bindet diese Vanillesoße. Das heißt, erst die Milch mit Zucker und Vanilleschote schön auskochen. Vanilleschote raus, das Eigelb mit Sahne. Wenn die Temperatur runter ist, langsam unterrühren, dann bekommt man eine Bindung in diese Vanillesoße. So. Einen starken Arm. Eigentlich müsstest du schlagen, weil Elton ja auch schlagen muss. Ja, ich schlag ja auch schon. Schlag mal ordentlich jetzt. Richtig schön lange schlagen. Die Bastinaken habe ich jetzt schön hier in dieser Sahnebrühe gedünstet. Schön mit dem grünen Korianderkau noch dazu. Und jetzt kommt da drauf dann der Fisch. Ja. Der Fisch ist ja hier. Riesengroßes Stück. Boah. Boah. Johann ist selber überrascht, wie groß der Fisch ist. Hast du ja gehört? Boah. Boah, was ein Fisch. Pass auf jetzt. Und dazu kommen jetzt noch schöne. Johann, Moment. Schöne Zwiebeln. Johann, Moment. Boah. Wattenschnitzel. Boah. Boah. Wuhu. So. Papier mal die Zwiebeln. Ne. Wann ist das dem passiert, do? Sonnenschnitzel. Ich mag's immer, wenn Johann anfängt zu rennen, weißt du. Er hält da in den Kopf immer geduckt. Guck mal, wie schön dunkelbraun das geworden ist. Nein, 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 nein. Elton. Elton? Bist du Pavalier? Verschlagen? Hammer Kartoffelballage. Auf dem Handgelenk. Schön. Ja, ja, ja. Sehr schön. So. Dann machst du sehr schön Elton. Ja. Aus dem Handgelenk. Katharina, nur damit du es mal siehst, gerade in der Kamera. Das unterscheidet die Sterneküche von der Bodenschirnienküche. Der feine Herr nebenan deckt das etwas dunkelbraune mit Trüffel ab, damit man es nicht mehr sieht. Unser Eider hätte das abgekratzt. Nein. Das muss aber ja so braun sein. Nicht nachlassen. Ja. Mach jetzt du auch noch, oder was? Das krieg ich aber auch nicht rein sein. Was sagt denn? Da braucht man jetzt Fantasie für. Normalerweise ist das braun. Weißt du was? Bei Johann zu braun ist es hier nicht braun genug. Ja. Aber dafür schmeckt es dann umso besser. Zu viel braun ist auch gar nicht gut. Mach weiter. Der Trend geht ja zum Angebräunten. Nee, ich hoffe nicht. So Leute, jetzt bitte hier erstmal. Guck mal, Jakobsmuschel überbacken. Einmal. Ist gut, danke schön. Super Elton. Sehr gerne. Ich hab viel übergelegt. Und Heilbutt in der Korianderkruste mit süß-sauren Zwiebeln und Pastinaken. Und das sind derzeit. Super. Ganz gut. Okay. Ja. Du musst allein die Vanillesoße probieren. Katharina, darf ich dich bitten? Danke. Sehr gerne. Sitze ich hier? Ja, sitzt du da. So, jetzt nimmt er mir schon Essen weg. Nee, nee, ich bin Schnitzel-Fan. So. Was macht ihr denn da jetzt? Ach so. Wir haben nichts zu trinken, Johann. Du isst gleich vom Blech. So denkst du an unsere Gäste. Guck mal, hier hab ich noch ein bisschen was von dem roten Johann. Der, den nimmt Johann normalerweise, um einen schönen Rosé zu machen. Ja. So, bitteschön. Oh Gott. Häufig. Johann, was du jetzt noch brauchst, ist warmer Kartoffelsalat mit Pfifferlingen. Nee, mir reicht der Schnitzel. Obwohl, der ist ein Träumchen. Ja, der Kartoffelsalat ist wirklich toll. Warmer Kartoffelsalat, gemacht wie in Süddeutschland in meinem Lieblingslokal. Mit frischen Pfifferlingen dann schön eingezogen mit Perlenkartoffeln. Hey, sag euch weiter, nix, Katharina, es war ein Träumchen mit dir. Dankeschön. Bevor du gehst, krieg ich meine Ringe wieder. Und ihr Elfenmuster richtig malochen heute. Respekt. Irgendwann kommst du mal zu mir. Ja, sehr gerne. Johann, Schatz. Tschüss, ihr Lieben. Dankeschön. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Und das hast du gerne im Kindergarten gegessen? Im Kindergarten? Oh, das weiß ich gar nicht mehr. Ich hab nur von meiner Mutter damals immer aufgetischt bekommen, Grützwurst. Was? Grützwurst. Hab ich gehasst. Grützwurst? Grützwurst. Was ist das denn? Blutwurst mit Grütze drin, oder? Ja, ganz ekelhaftes Zeug. Ja. Und... Das ist nicht ekelhaft, wie du im Publikum hörst. Und Arbeiterkotelett hat sie das immer genannt. Das war Bauchfleisch paniert. Die konnten uns ja nichts leisten. Das kenn ich aber auch von zuhause. Ach, kennt das auch noch jemand hier? Ja, das war lecker. Das war gut. Aber Grützwurst? Ne, 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 ne. Die auch, alle drei? Also für mich war das Größte im Kindergarten, wenn Mama mir so ein Brötchen gemacht hat, mit dick Kinderwurst drauf, also die Fleischwurst. So ne dicke Scheibe und das reichte schon. Und dann war ein Apfel dabei und den hab ich immer getauscht mit einem Mädchen, weil die hatte Süßigkeiten bei. Aber sonst gab's da nix. So, Johann, was muss ich jetzt noch machen? Ich hab jetzt... Jetzt musst du reinmachen hier Weißweinessig. Weißwein für die Reduktion. Aber ich hab ein paar Sachen auch vergessen. Aber ich hab meinen Bruder heute im Publikum, den kann ich ja mal fragen. Kannst du... Wo ist er? Da. Oh, wunderbar. Manni. Du mach das jetzt mal hier weiter. Für dich. Viel Spaß. Ne, ist fertig. Ist fertig? Ist fertig. Kannst du dich schon mal erinnern, was wir im Kindergarten gegessen haben? Lecker Zeug immer, ja. Schnittlauchbrot. Was? Schnittlauchbrot. Schnittlauchbrot? Ja. Na ja, er ist der ältere von uns, der musste essen, weil im Garten wächst. Was weg musste, was weg musste auch, ja. Sag mal Manni, wer bist du eigentlich? Du bist ja jetzt nicht wirklich mein Bruder vor. Woher kommst du? Nicht ganz. Aus Niederdorlauch. Wo ist das? Der Mittelpunkt von Deutschland ist das. Ne, das war warum was? In Thüringen unten. Das ist jetzt der neue Mittelpunkt von Deutschland. Thüringen? Extra von Thüringen hierhin gekommen nach Hamburg? Mühlhausen, Mühlhausen, Erfurt, Eisendach. Also. Schade, dass er keinen Dialekt hat, aber ich muss sagen. Wir haben einen eigenen Dialekt da unten eigentlich. Ehrlich? Was für einen denn? Vor deiner Platz sprach ich mit. Ah. Was? Vor deiner Platz sprach ich mit. Ne, komm nimm mal aus dem Mund und dann sag nur mal. Ja Manni. Dankeschön. So Katharina, jetzt fettest du bitte schnell eine Form ein. Dann kommen Streusel rein. Obendrauf kommen bitte die Fläumchen. Dann nochmal Streusel obendrauf. Und dann geht der ganze ab im Backofen. Jetzt kommen hier bitte frische Jakobsmuschel. Und zwei Jakobsmuschel, die leben noch. Das heißt, die sind noch zu. Jetzt muss ich die erstmal aufmachen. Die leben noch? Genau. Muss ich hier reinschneiden. Dann ganz flach auf der Scheite da runterschneiden. Und jetzt aufklappen. Und da kommt jetzt eine Muschel raus. Mann, ist das lecker. Ja. Toll, dass ich bei dir kochen darf. Entschuldigung, ich geh mal kurz hier rüber. Katharina, dir hat jemand was auf den Rücken gemalt. Ja. Ja. Was heißt das? Das sind die Initialen meiner Tochter und meiner Enkelkinder. Das haben die dir vielleicht gesagt. Kann ich das vorlesen? Lest mal bitte vor. Ja. Lieber Johann, lieber Horst. Diesen Fernseher habe ich acht Jahre meinem Papa gebastelt, damit er euch auch gucken kann, wenn ihr nicht im ZDF kommt. Mein Papa kocht nämlich so gern und mag eure Sendung. Wenn er richtig gut kocht, sagen meine Schwester und ich immer, ist ja wie bei Johann. Hallo? Mir steht er nicht. Nee, nee. Wie bei Johann. Manchmal ist es aber auch wie bei Horst. Viele Grüße, euer Paul Luca. Und er fragt, was habt ihr eigentlich im Kindergarten gegessen? Johann war nie im Kindergarten. Da durfte der nicht hin. Also ich habe sehr gerne gegessen Butterbrot mit Zucker bestreut. Oh ja. Butterbrot mit Zucker bestreut. Kennst du das? Ja und sogar... Das war auch super für die Zähne. Deswegen hast du auch heute so schicke Zähne. Ne? Vor allem teure. Das stimmt. Und ich dachte, du hättest Korianderbutter gerne gegessen im Kindergarten. Genau. Aber ich... So. Kennt ihr Arbeiterkotelette eigentlich? Was hast du gerne im Kindergarten gegessen? Im Kindergarten? Oh, das weiß ich gar nicht mehr. Ich habe nur von meiner Mutter damals immer aufgetischt bekommen. Grützwurst. Was? Grützwurst. Grützwurst? Grützwurst. Was ist das denn? Blutwurst mit Grütchen drin, oder? Ja, ganz ekelhaftes Zeug. Ja. Und... Das ist nicht ekelhaft, wie du im Publikum hörst. Und Arbeiterkotelette hat sie das immer genannt. Das war Bauchfleisch paniert. Das kenne ich aber auch von zuhause. Wir konnten uns ja nichts leisten. Das kenne ich aber auch von zuhause. Ach, kennt das auch noch jemand hier? Ja, das war lecker. Das war gut. Aber Grützwurst? Ne, 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 ne. Die auch? Alle drei? Also für mich war das Größte im Kindergarten, wenn Mama mir so ein Brötchen gemacht hat mit dick Kinderwurst drauf. Also die Fleischwurst. So eine dicke Scheibe. Und das reichte schon. Und dann war ein Apfel dabei und den hab ich immer getauscht mit einem Mädchen, weil die hatte Süßigkeiten bei. Aber sonst gab's da nichts. So, Johann, was muss ich jetzt noch machen? Ich hab jetzt... Ich muss reinmachen hier Weißweinessig, Weißwein, viel Reduktion. Aber ich hab ein paar Sachen noch vergessen. Aber ich hab meinen Bruder heute im Publikum, den kann ich ja mal fragen. Wo ist er? Wo ist er? Da. Oh, wunderbar. Manni. Du machst das jetzt mal hier weiter. Du dich. Viel Spaß. Ne, ist fertig. Ist fertig? Ist fertig. Kannst du dich schon mal erinnern, was wir im Kindergarten gegessen haben? Leckeres Zeug immer, ja. Schnittlauchbrot. Was? Schnittlauchbrot. Schnittlauchbrot? Ja. Er ist der ältere von uns, der musste essen, weil im Garten wächst. Was weg musste, was weg musste auch, ja. Sag mal Manni, wer bist du eigentlich? Du bist ja jetzt nicht wirklich mein Bruder, für woher kommst du? Nicht ganz. Aus Niederthorlauch. Wo ist das? Der Mittelpunkt von Deutschland ist das. In Thüringen unten. Das ist jetzt der neue Mittelpunkt von Deutschland. Thüringen? Extra von Thüringen hier hingekommen nach Hamburg? Mühlhausen, Mühlhausen, Erfurt, Eisendach. Also. Schade. Riech riechen. Das ist ganz wichtig. Aha. Noch eine Frage, noch eine Frage an den Horst. Ja, ich hätte noch eine Frage. Moment Horst, hier. Herr Lichte? Ja. Ja. Guten Tag. Hallo jeder Kind. Ja, ich habe noch eine Frage. Und zwar, wenn ich Creme Brulee mache, und ich tue ja da frische Vanilleschote rein, und die hängt nachher immer oben quasi an dem kleinen Töpfchen am Boden. Warum ist das so? Warum verteilt die sich nicht gleichmäßig über die Creme Brulee? Oben am Boden? Ja, die hängt am Boden, die Vanilleschote, also die schwarzen Körnchen. Die bleiben oben am Boden. Unten am Boden. Wieso denn oben am Boden? Unten. Nein, nein. Nein, du musst das schöner aufschlagen. Nein, das geht nicht. Was geht nicht? Die Vanilleschote, die schwarzen Pünktchen bei der Creme Brulee, die sinken immer nach unten automatisch. Also nach unten am Boden, nicht oben am Boden. Ja, unten am Boden. Die sind unten am Boden, immer jetzt kein Witz jetzt. Ja. Das funktioniert, das geht nicht anders. Weil das, wenn man sie stürzt, dann sind sie oben am Boden. Die kann man nicht stürzen. Also Johann sagt, es geht nicht anders. Das habe ich gerade gedreht. Ja, okay. Weil sonst müsste man ja während des Banken dabei bleiben beim Auskühlen. Das geht nicht. Die sinken immer ab, weil die sind schwerer. Das ist so wie Johann auch, in der Badewanne immer noch unten absinkt. Ah, okay. Da bin ichco распuhren. bummer. Farbe tang. Tschö! Tschö, viel Spaßmal! Tschüss, süh ja. Gut, tschü. So, die sinken immer ab ne Johann? Sie hat eine Küche auf dem Boden, ich habe das nicht verstanden. Nein, die sinken immer ab, oben am Boden. Was jetzt? Gefällt dir das Schnitzel nicht oder was? Weißt du, das hasse ich ja wie die Pest, weißt du? Das ist wie früher zu Hause. Kommt gucken, drückt drauf, dreht sich rum, verzieht keine Miene und geht. Ihr habt früher schon zusammen gelebt? Wir leben schon sehr lange zusammen, aber er hat mich sehr lange verleugnet. So, jetzt ein bisschen Backoffengrill, du sollst schlagen. Ich schlag doch die ganze Zeit, das ist schon so schön. Das war doof. Ne, das war heiß. Also Johann, ich muss sagen, so hart warst du selten zu einem deiner Gäste. Nein, nein, nein. Er ist sehr hart zu dir, so hart war er noch nie zu einem Gast. Ich bin großer Schaumschläger, guck dir das mal an hier. Mach der aber still. Weißt du, wie man den Job nennt bei Johann? Lass dich schlagen. Elton, weißt du, wie man den Job nennt? Nee. Schaumschläger. Ja. 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 Guck mal, sehen die nicht toll aus. Super. So, wenn ich mal ganz... Riesengroßes Stück. Boah. Boah, Johann ist selber überrascht, wie groß der Fisch ist. Hast du ja gehört? Boah. Boah, Wattenfisch. Pass auf jetzt. Und dazu kommen jetzt noch schöne... Johann, Moment. Schöne Zwiebeln. Johann, Moment. Boah, Wattenschnitzer. Boah. 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 Wuhu. Applaus Papier mal die Fügel. Nee. Wann ist das dem passiert, oh? Sonnenschnitzel. Hallo. Ich mag's immer, wenn Johann anfängt zu rennen, weißt du. Er hält da in den Kopf immer geduckt. Guck mal, wie schön dunkelbraun das geworden ist. Nein, 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 nein. Elton, bist du Pauvalier? Verschlagen? Ja, mach mal. Armer Kartoffelballage. Auf'm Handgelenk, schön. Ja, ja, ja. Sehr schön. Da machst du sehr schön, Elton. Ja. Aus'm Handgelenk. Katharina, nur damit du's mal siehst, grad in der Kamera. Das unterscheidet die Sterneküche von der Bodenschirnienküche. Der feine Herr nebenan deckt das etwas dunkelbraune mit Trüffel ab, damit man's nicht mehr sieht. Unser einer hätte das abgekratzt. Nein. Das muss aber ja so braun sein. Nicht nachlassen. Ja. Mach jetzt du auch noch, oder was? Das krieg ich aber von allen Seiten. Was sagt denn? Da braucht man jetzt Fantasie für. Normalerweise ist das braun. Weißt du, was bei Johann zu braun ist, ist hier nicht braun genug. Ja. Aber dafür schmeckt es dann umso besser. Zu viel braun ist auch gar nicht gut. Mach weiter. Stimmt. Der Trend geht ja zum Angebräunten. Nee, ich hoffe nicht. So, Leute, jetzt bitte hier erstmal. Guck mal, Jakobsmuschel überbacken. Einmal. Ist gut. Dankeschön. Super. Ja, sehr gerne. Und Heilbutt in der Korianderkruste mit süß-sauren Zwiebeln und Pastinaken. Und das sind derzeit. Super. Ja, ganz gut. Vielen Dank. Johann, du musst allein die Vanillesoße probieren. Katharina, darf ich dich bitten? Danke. Sehr gerne. Sitze ich hier? Ja, sitzt du da. So, jetzt nimmt er mir schon Essen weg. Nee, nee, ich bin Schnitzel-Fan. So. Was macht ihr denn da jetzt? Ach so. Wir haben nichts zu trinken, Johann. Du isst gleich vom Blech unserer Gäste. Guck mal, hier habe ich noch ein bisschen was von dem Roten, Johann. Der... Katharina. Guck mal, die machen da drüben Jakobsmuschel, die machen dich. Das ist aber eine Riesenschweinerei da drüben, ne? Ja. Das stimmt. Wieso? Bis jetzt musste ich ja nur Schweinereien essen und nicht selber zureinen. Guck mal, das ist doch lecker. Aber guck dir das mal an, so. Das ist ganz besonderes, Jakobsmuschel frisch. Johann, kann man die nicht schon fertig kaufen? Kann man auch, ja, aber... Aber... Das ist hier eine Kochsendung. Dann hättest du keinen zum Quälen in der Sendung, ne? Geht's? Nee. Schau her. Das ist relativ einfach. Du musst hier einfach rein, so und dann flach abschneiden hier. Und jetzt geht die Muschel auf. So, zack. Ja. Ja. Nee. Nur, wenn das voll ist, und dann kannst du den Becken die. Applaus Ja, hier. Der Johann macht ja ganz schön Druck, wenn er nicht mehr Stand halten kann. Na Bescheid. Ich brauch das aber auch, diesen Druck. Du brauchst diesen Druck. Katharina, bist du froh, dass du mal bei mir bist? Wunderbar ist, guck mal. Wunderbar, ne? Oh, das sieht aber lecker aus. Sehr schön. Was ist denn das, oder möchte ich gar nicht wissen, was das Orangene ist? Das ist der Korall. Das ist der Korall. Das ist der Korall. Den kannst du doch mitessen. Ja, nein, danke. Komm, du kannst froh sein, Johanna hat letztens mal Gehirn gemacht. Nein. Die Hirnanhangdrüse zum Wachsen. Kalbsbriss. Guck mal, das reicht jetzt hier. Alles drauf. Alles drauf. Alles drauf. So. So, und dann kannst du auch hier vorne. Warte mal, ich zeig dir hier vorne. Ja, ich wasch mir mal die Hände. So. Schön die Streuselchen verteilen. Super. Dann kommen oben drauf noch ein paar Mändelchen. Okay. Sehr schön. Richtig schön verteilen. Übrigens kann man die auch so essen. Nimm ruhig alle meine Schürze. Ist in Ordnung. Ja, das hab ich auch schon. Du bist der Einzige, der eine anhat. Jetzt geht's weiter. Wenn ich das bei Herrn Lafer mache, dann ja. Das riecht bei uns besser als bei euch da drüben. Ja. Wir haben ja noch gar nichts fertig. Ach so. So, jetzt kommen noch Mandeln drüber. Das sind übrigens Streusel, die man auch wirklich so essen kann. Die schmecken einfach lecker. Das war für mich ja immer der Beste auf dem Kuchen oben drauf, die Streusel. Wenn die so richtig schön knusprig waren. Das ist schon weich. Jetzt ab in den Backofen. Das schöne ist, da muss jetzt nur noch 40 Minuten da drinnen bleiben. Wie macht es mir leid, wenn man nur noch 25 Minuten hat? So, jetzt kannst du noch die Vanillesoße machen. Ist fein. Ist schon weich. Ja, ne. Lass mal gucken. Warte mal, ich probiere. Oh. Guck mal, Elton ist nicht zufrieden mit dem, was Johann gemacht hat. Das hab ich ja gemacht. Ach, das hast du gemacht? Das hab ich ja gemacht. Gut. Ja, ist gut. Also Johann sagt, es geht nicht anders. Das hab ich gerade gedreht. Ja, okay. Ach so, ja. Weil sonst müsste man ja während des Backen dabei bleiben beim Auskühlen. Das geht nicht. Die sinken immer ab, weil die sind schwerer. Das ist so wie Johann auch. In der Badewanne immer noch unten absinkt. Okay, da bin ich getreten. Na? Tut mir leid. Tschö. Tschö, viel Spaß noch. Tschö. Ja. Tschö. So. Die sinken immer ab, ne Johann? Ja, ist wirklich. Kannst du dich rüber? Ja, jetzt schön anfangen. Ja. Wer hat ne Küche auf dem Boden? Ich hab das nicht verstanden. Nein, die sinken immer ab, oben am Boden. Ach so. Wat jetzt? Gefällt dir das Schnitzel nicht, oder wat? Weißt du, das hasse ich ja wie die Pest, weißt du? Das ist wie früher zu Hause. Kommt Kucken, drückt drauf, dreht sich rum, verzieht keine Mine und geht. Ihr habt früher schon zusammen gelebt? Wir leben schon sehr lange zusammen, aber er hat mich sehr lange verleugnet. Okay. So. So. So, jetzt. Du sollst schlagen. Ich schlag doch die ganze Zeit. Das ist schon so schön. Ah! Das war doof. Ne, das war heiß. Also Johann, ich muss sagen, so hart warst du selten zu einem deiner Gäste. Nein, nein, nein. Was denn? Er ist sehr hart zu dir. So hart war er noch nie zu einem Gast. Guck dir das mal an hier. Ich mach dir aber schön. Ja, der Herr. Weißt du, wie man den Job nennt bei Johann? Lass dich schlagen. Elton. Was denn? Weißt du, wie man den Job nennt? Nee. Schaumschläger. Ja. Guck mal, sehen die nicht toll aus? Super. So, wenn ich mal ganz kurz in die Kamera zwei wunderbare Schnitzelchen halten dürfte. Nur damit man mal sieht, wie die geworden sind. Die Panade hat sich wellig abgehoben hier. Ist das nicht schön? Mein Rezept. Mein Rezept hat Johann von mir abgeschrieben. Prost. Der hat mir Backofen zum Warmhalten und mein warmer Kartoffelsalat ist fertig. Von wem ist das Rezept, das Schnitzelrezept? Ja, von wem ist das Rezept? Wer hat's erfunden? Wir natürlich. Weiter, ja, ja, ja. Weiterschlagen, weiter. Weiterschlagen, ja, ja, ja. So, jetzt setzen wir auf das Püree. Die Muscheln, ja? Nee, wir müssen jetzt noch warten. So, siehst du hier? Sehr gut. Weiterschlagen? Ja, weiterschlagen. Nicht nachlassen. Nein, nein, ich schlag. Guck mal hier. Ja. Jetzt kommt darauf, Trüffel gehobelt. Weiterschlagen? Ja, ich schlag weiter. Ja, komm mal her. Muss noch ein bisschen viel. Ja, danke, danke. Weiterschlagen. Okay. Okay. So. So. So, jetzt. Du sollst schlagen. Ich schlag doch die ganze Zeit. Das ist schon so schön. Ah! Das war doof. Ne, das war heiß. Also, Johann. Johann, ich muss sagen, so hart warst du selten zu einem deiner Gäste. Nein, nein, nein. Was denn? Er ist sehr hart zu dir. Ich bin großer Schaumschläger. Guck dir das mal an hier. Mach dir aber schön. Ja, der Herr. Weißt du, wie man den Job nennt bei Johann? Lass dich schlagen. Elton. Was denn? Weißt du, wie man den Job nennt? Nee. Schaumschläger. Ja. Guck mal, sehen die nicht toll aus? Super. So, wenn ich mal ganz kurz in die Kamera zwei wunderbare Schnitzelchen halten dürfte. Nur damit man mal sieht, wie die geworden sind. Die Panade hat sich wellig abgehoben hier. Ist das nicht schön? Mein Rezept. Mein Rezept hat Johann von mir abgeschrieben. Prost. So. Dann haben wir den Backofen zum Warmhalten und mein warmer Kartoffelsalat. Von wem ist das Rezept, das Schnitzelrezept? Ja, von wem ist das Rezept? Ha? Wer hat's erfunden? Wir natürlich. Weiter, ja, ja, ja. Weiterschlagen. Weiterschlagen. Ja, ja, ja. So. Jetzt kommen wir jetzt auf das Püree. Die Muscheln, ja? Nee, wir müssen jetzt noch warten. So, siehst du hier? Sehr gut. Weiterschlagen? Ja. Weiterschlagen? Nicht schlag lassen. Nein, nein, ich schlag. Guck mal her. Ja. Jetzt kommt da drauf. Trüffel gehobelt. Weiterschlagen? Ja, ich schlag weiter. Ja. Ja, komm mal her. Muss noch ein bisschen viel. Ja, danke, danke. Seine Stimmung hier. Bitte? Ja. Das jetzt ausschlagen. Und die Butter schön reinrühren jetzt. Eine Stimmung, wie bei Schlag den Draht, dabei schlag ich nur das Ei. So weit, Jens? So weit, Jens? So weiterschlagen. Ja, so weiterschlagen. Ja. Pfeffer reinmachen. Ja. Kannst da vorne hinlegen. Übrigens, Johann, hier ist wieder Eiklau für dich zum Einfrieren. Ich tue es bei dir in Gefrierung. Extra die doppelte Menge. Jetzt weiß ich auch, warum ich beim Vorgespräch gefragt wurde, ob ich schlagfertig bin. Ja. Ich hab da eigentlich was anderes, äh. Ja. Und jetzt kommt das da drauf. Guck mal. Worauf? So, jetzt probieren wir das mal. Das ist noch ein bisschen heiß. Was kochst du denn am liebsten? Ja, das, was du da machst. Da hätten wir ja tauschen können vorher. Ja. Also ganz einfach, Vanillesoße, schön Sahne, Zucker. Das mag einer Vanilleschote. Mit der Schote selber nachher schön aufkochen, auskochen. Ja. Damit der Geschmack der Vanilleschote in der Milch ist. Dann drei Eigelb. Die werden verquirlt mit Sahne. Und nachdem das aufgekocht ist und abgekühlt hat, schön unterbinden für eine Bindung. Ja, ja, ja. Und jetzt geht's rückwärts. Uuuuup. Hahaha. So. Hm. Sag mal, hast du eigentlich lange am Dom in Hamburg gearbeitet? Seit in Elton. Ja. Junger Mann zum Mitfahren gesucht. Bin ich jedes Mal drauf reingefallen. Du warst auf dich, Marc. Oder wie? Ha morgens. Ne, Johan. Ja. So habe ich Johan ja kennengelernt. Junger Mann zum Mitkochen gesucht. Ne, Johan. Hier, guck mal. So. Das ist doch mal ein Wahnsinns Fisch hier. Guck mal, dieses Fischfilet hier. Ein Wahnsinns Fisch, Johan. Wahnsinn, Leute. Sag mal, Johan, jetzt wo wir einmal bei dem Thema sind, wieso hast du dich eigentlich damals als junger Mann gemeldet? Hahaha. Auf diese Ahnung. Boah, das ist aber echt lecker. Was? Das ist ja jetzt schon lecker. Das ist super lecker. Ja. Die Konsistenz stimmt hier so. Was denn? Das Selleriebüree ist perfekt. Was ist das? Selleriebüree. Selleriebüree. Wie heißt das? Gemixetes Selleriebüree. Sehr gut. Selleriebüree. 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 So, jetzt aber nicht alles auch erst. Schließlich wollt, dass ich das Publikum auch probieren. Geht mal wieder schön auf eure Seite. Der ist schon ein bisschen böse, ne? Absolut. Was sollte ich jetzt hier machen? Du hast da jetzt die Eigelb reingetan. Schau sie. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Wir kochen einmal Rührei. Ich hab das doch noch nie gemacht. Sag mal, das gibt's doch nicht. Ich hab's mir doch gerade im Moment noch gesagt. Das vergesse ich doch alles immer wieder. Ich mach das Schnitzel weiter. Johann? Ja, bitte. Möchtest du mit meinem Gast tauschen? Ich hab noch nie Nachspeise gemacht. Außer dem Käsekuchen meiner Mutter. Den kann ich im Schlaf. Mensch frag mich doch. Ich steh doch neben dir. Ja, ich hab mich gewundert, als ich's gemacht hab. Ja, schön. Geht. Bitte schön. Ja. Und der Mixer ganz feinig. Habt ihr das gesehen? Ist gut und er kloppt nochmal einen halben Liter Sahne später drauf. Ist gut. Ganz kurz erklärt, was ich hier mache. Also, Pfifferlinge schön den Speck ausgelassen. Pfifferlinge rein. Gleich kommen noch Zwiebelchen oben drauf. Und hier hab ich wunderbare Bratenbrühe. Hab dann ein bisschen Essig mit reingetan. Schön ein bisschen Senf aufkochen lassen. Ist für den warmen Kartoffelsalat. Da kommen nachher die Pfifferlinge rein. Schnitzelchen sind paniert. Kartöffelchen, natürlich Spellkartoffeln. Die werden jetzt geschnitten. Und Schnitzel ausgebacken. Die müssen schön schwimmen. Hab ich von Johann gelernt. Vanillesoße, hast du schon mal selber gekocht? Nee, noch nie. Ja, dann toi toi toi. Also, danke. Also, überhaupt mache ich seltene Nachspeisen. Gebe ich offen zu. Was kochst du denn am liebsten? Ja, das was du da machst. Da hätten wir ja tauschen können vorher. Also, ganz einfach. Vanillesoße, schön Sahne, Zucker. Das Mark einer Vanilleschote. Mit der Schote selber nachher schön aufkochen, auskochen. Ja. Damit der Geschmack der Vanilleschote in der Milch ist. Dann drei Eigelb. Die werden verquillt mit Sahne. Und nachdem das aufgekocht ist und abgekühlt hat, schön unterbinden für eine Bindung. Ja, ja, ja. Und jetzt geht's rückwärts. Uuuuup. Ha, 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 ha. So. Hm. Sag mal, hast du eigentlich lange am Dom in Hamburg gearbeitet? In Elten. Ja. Junger Mann zum Mitfahren gesucht. Bin ich jedes Mal drauf reingefallen. Ja, ist auch dich, Marc. Oder wie? Hamburgs. Ne, Johann. Ja. Ja. So hab ich Johann ja kennengelernt. Junger Mann zum Mitkochen gesucht. Ne, Johann. Applaus Hier, guck mal. So. Das ist doch mal ein Wahnsinns Fisch hier. Guck mal, dieses Fischfilet hier. Ein Wahnsinns Fisch, Johann. Wahnsinn, Leute. Sag mal Johann, jetzt wo wir einmal bei dem Thema sind, wieso hast du dich eigentlich damals als junger Mann gemeldet? Ha, 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 ha. Auf diese Ahnung. Boah, das ist aber echt lecker. Was? Das ist ja jetzt schon lecker. Das ist super lecker. Ja. Die Konsistenz stimmt hier so. Was denn? Das Selleriebüree ist perfekt. Was ist das? Selleriebüree. 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 Katharina, komm mal rüber, wir gehen mal probieren. Selleriebüree. Selleriebüree. Sie sehen, was vom Selleriebüree gehört? Was gehört? Vom Selleriebüree. Wie heißt das? Gemixtes Selleriebüree. Sehr gut. Kielerin, schlüpfst du ja ständig in neue Rollen rein. Ja. Und der Elton und ich zum Beispiel, genau wie Johann natürlich auch, wir sind ja immer wir selber. Und das ist ja manchmal gar nicht so einfach, du selber zu sein. Aber ich stelle es mir noch schwieriger vor, so glaubhaft, jemand anders darzustellen, wie du das kannst. Kannst du mir noch folgen? Ich habe mich selber gerade verloren. Wenn du eine angeborene Schizophrenie hast, ist das nicht weiter schlimm. Ne, aber ich habe mich gerade selber gefragt, wo dieser Satz wohl endet bei mir. Ich habe dir aber fasziniert zugehört. Ja, ich war auch ganz überrascht. Es klang toll. Du bist ja auch eine gute Schauspielerin, aber ich war jetzt sehr durcheinander mit mir. So, ich habe den niederen Küchendienst jetzt erledigt. Jetzt geht es an die Feinarbeit. Genau, jetzt kommt ordentlich Likörchen drüber. Weißt du, so Fläumchen müssen die ja ein bisschen einziehen. Hau drauf, hau drauf das Zeug, komm weg damit. Das ist doch bei dir heute fettarme Küche, da mit dem Fett da. Das ist fettarme Küche, ja. Und Schnitzelchen werden schwimmend gemacht. Achso, du machst Schnitzel? Das ganze rein. Mach ruhig den ganzen Zucker rein. Echt? Der löst sich ja nachher auf in dem wunderbaren Likörchen. Was? Von wem ist das Rezept des Schnitzels? Das ist von einem ganz berühmten Koch mit steirischer Abstammung. Jetzt sind wir schon so weit, jetzt kocht es schon meine Rezepte. Ich mach's aber auf meine ganz eigene Art. Mein Rezept hier. Dein Rezept. Übrigens das Schöne ist, wenn's schief läuft, was tut schuld. Aha. Probier mal hier die Kruste, die ist lecker. Das ist keine Kruste, das ist Butter. Ja, aber das wird nicht. Probier mal. Das wird eine Kruste. Mit zweiler Koriander. Ohne Farbe. Nimm ruhig meine Schürze. Ohne Farbe. Soll ich jetzt den Streusel machen? Elton, willst du probieren? Was denn? Die Kruste? Probier ruhig mal die Kruste. Achso, ja, Entschuldigung. Ich denke, ich bin, ja, was soll ich? Die Kruste probieren. Du sollst das nicht braun werden lassen, du sollst den Selle reinmachen. Die ist ja auch noch nicht braun. Ja, wird aber braun. So. Ich will aber gern auch etwas von der Kruste probieren. Hier, komm her, da. Das sind ja zwei. Ja. So, komm mal. Die mach ich jetzt in so einen Beutel rein. Nein, das hast du jetzt nicht wirklich gemacht. Ja, warum nicht? Das war Butter. Soll ich jetzt nochmal wieder zu essen, ne? Pure Butter. Lecker. Also, auf jeden Fall wird diese Kruste jetzt hier in so einen Gefrierbeutel getan. Glattgestrichen, so ein bisschen. Und dann nehmen wir die in den Tiefkühler, können wir nachher schöne Stücke runterschneiden, gell, und gehen wir nachher auf den Heilboot drauf. Jo, und das hast aber auch maximal schon 30 Mal gezeigt. Wo?